Ich bin in die Konditorei gerannt und nach dem Abitur bin ich schon nach Hannover gezogen und irgendwie habe ich das Backen erst mal sein gelassen, weil ich konnte halt kurz mal sehen, schon gar keine Creme überhaupt, ich konnte das nicht mehr sehen und ja dann kamen halt die Kinder und dann hat man wieder angefangen für die Geburtstage zu backen, hat aber so zum Marielkuchen gemacht irgendwie, die gerade so in waren irgendwie, was man von anderen Eltern gehört hat irgendwie und natürlich dann auch irgendwie so buntes mit Smarties und so und ja dann kam der Pascal und hatte gefragt und fand ich das total schön jetzt mal ein altes Rezept wieder hervorzuholen, weil meine Kinder kannten das noch gar nicht, also nur vom Erzählen, weil wir klar hier schon mal Donauwelle gegessen haben, aber Schlewittchenkuchen, den wir ja heute zusammen backen wollen oder ich euch vorstellen möchte. Als erstes, bevor es losgeht mit dem Rundteig, würde ich sagen, ist immer ganz wichtig, die Kirschen, die Sauerkirschen abtropfen lassen, einfach die Gläser in einen Sieb auf den Topf stellen oder auf ein Gefäß und dann können die in der Zwischenzeit einfach mal abtropfen. Das habe ich jetzt schon mal getan. Musik 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 Musik